Ja, hab und dann ist jetzt mein Reboi weg Ja, es ist mega dumm, weil wie lange es denn dauert Makarov Magazin, brauchst du die noch? Ja, ich hab ja noch irgendwas in die Seite, ja Ne, nehm ichs jetzt immer mal mit Ich hab jetzt auch noch einen Schuss mit der... Ne, ich hab sogar mit... Uh, ich hab 3 Schuss Möchtest du erstmal auf die... Denkst du mir grad einen auf die Map, weil ich müsste minimieren und vielleicht nicht in die Seite Was musst du, was? Wenn ich auf die Seite fertig bin Hey, ich hab grad nicht verstanden, warum soll ich denn auf die Map gucken, ich hab doch keine Ahnung wo ich bin Ja, aber du kannst da gleich hängucken, weil du es nur auf die Bildschirm finden musst Ich muss minimieren Achso Ja Und... Was sagt mir das jetzt? Ich muss eigentlich, wenn ich probiere, auf ein Radio oder auf Disconnect-Taken Pfff, musst du probieren Keine Ahnung, ich hab... Ja, ich muss auf Disconnect-Taken Ja, ich muss auf Disconnect-Taken Ja, aber ich bin schon gar nicht ehrlich Naja, aber grad... Pfff, weißte egal Ich bin jetzt... Ähm... Was ich schonmal sehr gut finde, ich hab schonmal länger überlebt als Moritz Das ist schonmal... Gut Ja Ja Oh, und hier ist wirklich ein Supermarkt, Hammergeil Das ist mal geil Oh, jetzt hab ich mal wirklich Lack Und hier sind keine Zombies Das geil ist ja, dass man sich aus dem Badewanne nicht viel machen kann Ja Und hier ein Glyroskopter Ein Glyroskopter? Witzig zu sein Ich bin ehrig, ich versuch witzig zu sein Ja, ich muss sich ja auch mal rumpern Boa, hier wie nur Kacke rumliegt Hier nur Empty-Zeugs und so Boa auch die Celt Grünen mit國 war so wichtig Ohja Dödödödödödödödödödödödödödödöd YEAH Oh ok, der Dingens war irgendwie ein bisschen Reinfall Mh Mh Makarov-Magazine Aber zumindest, ich bin jetzt hier gerade erst drin, aber irgendwie so... Ah, hier liegt nur ne Watch rum Richtig geiler Stuff, naja Box of Matches Was bringt mir das? Was? Make Fireplace Ach, Box of Matches, ja ok Ja LOL, ich hab eine Ambrus gefunden Ich bin gespawnt bei... Fabiana Seven, ja logisch Ähm LOL, ich hab jetzt wirklich ein Crossbow gefunden Also einen automatischen Überleg grad, nehm ich die jetzt für die Shotgun mit? Na ja, hier liegen jetzt noch zwei Pfeile rum Ne, da hab ich insgesamt drei Pfeile ungefähr Na ja, der ist halt laufbar, ne? Oh, ich hab hier Cans Mh, komm ich das mal jetzt ziehen Dann hier noch Painkillers Ach so, ja ich werd vielleicht, warte mal Was ist das hier? Ach, steh ich jetzt einfach hier Oh, da kommt glaub ich was Ne, ist einer hart am Rumballern Ich? Ja, ok, dann soll ich mal zu dir kommen? Ach Quatsch Eric, lass mich ruhig allein mit denen Ich kann nicht Ja, ich weiß nicht wo du genau bist Am Straßerand irgendwo Äh, am Stadtrand irgendwo Stadtrand irgendwo Stadtrand Ja Ja, probier mal irgendwie zur Kirche zu kommen Siehst du die Kirche? Ne, das ist... Höhöhöhöh Am Stadtrand... Naja, so müsste es Könnt überall sein Weil... Ich bin gar nicht über hier Na, ich hab dich ja grad schießen hören Da wo du gesagt hast Ist hier irgendwo eine Polizeistat... Äh, Feuerwehrstation? Nein, das sind nur zwei Gebäude, Eric Na, ok, dann natürlich nicht Ok, jetzt mal kurz in die Feuerwehrstation Warum kann ich nicht im Rennnachladen, der... Ah, sie, ey Ich hab noch keine Munition für die Dinge Ah, fuck Boah, ich muss mich beinagieren hier Ich hab noch was trinken, aber ich hab glaub ich noch kein trinken Oder? Ich hab nur ne water bottle Na doch, die kann man trinken Drink So Ich hab hier halt nochmal irgendwas... Was ist das? Zell Camping Tent Nee, das braucht kein Zell, danke Doch, mitnehmen Nee? Äh, mitnehmen? Naja, ist ja die Frage Wie können wir später für ein Lager für ein kleineres erstmal nehmen? Ja, wir gehen uns... Wenn... In 5 Minuten... Ja Dann gehen wir mal in... Wenn's 40 ist runter... Also hier... Wenn wir noch 40... Ja... Ach, nur mein Herz hat er hat Ich kann jetzt nicht... Ich kann jetzt nicht... Ich nehm jetzt nicht ganz so viel Mako auf mit... Ja, damit ich... Ich hab gar keinen Schuss mehr Ich bin jetzt im Prinzip wehrlos Hm Uh, hier ist ne... MP... Uh, das sieht interessant aus Ja, und damit hab ich schon den nächsten Fehler wieder gemacht Hammer geil Boah, ich bin so ein Scheiß-Nucker Boah, ganz ehrlich, wahr Ey, ich fick mir gleich ins Knie Ich bin so... Schlei... Äh, scheiße, wahr Ja, und jetzt fall ich ihn noch runter Oh, Alter Ich bin... Ohne Scheiße, ich hab grad zwei Wachen verloren, weil ich wirklich zu dumm bin Was brauch ich denn hier für ne Munition? Geht das anscheinend nicht... Auch nicht... Boah, das ist so schwul, wahr? Ey, da krieg ich wirklich Pickel Jetzt hab ich keine Waffe mehr Mord Wollte ich selber den gleichen Fehler gemacht, oder wie? Ja Weil ich selber gucken wollte und dann hab ich irgendwie... Äh, ficken, ey Ja, jetzt geh ich schnell wieder in das Ding Und warum jetzt die... Ähm Hm Boah, ist das schwul, wahr? Oh, jetzt hat grad die Musik bei mir aufgehört Bei mir ist hier gar nichts, das ist das Gute Ich kann hier einfach so vollgeschildt langkrennen So, jetzt nehm ich hier schnell hier die... Take Boah, was soll ich denn heute mit dem Mixer? Na, hallo Mixen Na, hallo Mixen So So So, jetzt hab ich drei Pfeiler Ne, noch nicht So, hier ist wieder ein Bau... Ne, das ist doch kein Bauplan Eine Batterie Soll ich hier mitnehmen Batterie? Soll ich hier mitnehmen Batterie? Also, anscheinend brauchen wir eigentlich nicht das Auto Ja, also erstmal nicht Oh, das ist ja die so kleine Batterie Ja, es war eine kleine Batterie So Hier ist noch was Was ist hier? Can Pizza Ne, Pasta Ah, ich hab jetzt erstmal alle Dingens weggeschmissen Hier alle So, das kann ich Nein, ich will was Nein, ich will was Oh, ich bin so... Mach Sinn Ähm Drop Warte Empty this Empty water bottle Empty Alle Baupläne weggeschmissen, mein ich So, okay, das ist übrigens gleich jetzt 40 Was? Ich muss falsch mal wegrennen Ich bin gerade in eine kleine Klasse Kirche rein Warum ist die Kirche eigentlich im Maulhaus? Ich weiß nicht Ähm Es ist ja keine Kirche, es ist ein Haus Ne, bei mir ist eine Kirche hier Boah, bist du grad da, wo so zwei Türme oben sind? Ja, okay Also, ich geh jetzt erstmal runter Denn, Leute, wir sehen uns gleich wieder Ja, ciao Hey Eriken, schön hier, was geht? Mein Name ist Erik Und... Der andere Typ, mit dem ich spiele heißt Oh mein Gott Was für eine überwältigende Begrüßung Oh ja, was für eine überwältigende Begrüßung Nein Also, wir sind hier wieder bei DayZ angekommen Es ist aber auch wieder RESTART 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 Alter, ich bin jetzt wieder auf meiner Guessinghöhe Ich merke das schon Und jetzt sind hier gerade bei mir voll viele Zombies Spawned hier gerade Doch, bei mir schon, das ist ziemlich scheiße Und ich krieg jetzt mal kurz in dieser Moschee Oder was das auch immer ist Da rein Alter, wie viele... Boah, die kommen jetzt alle hinterher, ja Sicher Oh, und da steht auch noch einer Mommommommommommomm Voll schlimm, also ich kann mich nicht mal irgendwie richtig wehren Mit dem Bogen Was mach ich denn da Da mach ich nix Das ist ein Armbruch direkt Ja, ja stimmt Armbruch kann man es auch nennen Haha Ein Crushbau ist ein Armbruch Guck mal, komm die durch nicht, du hast eine Tür durch Das ist gut Die können die aufmachen, ja Hören die das, wenn man die zumacht? Das war eh nicht Okay, also... Lieber nicht machen Los, kaum in der Kirche muss das sein Wenn nicht, muss ich jetzt hier beten Also, wir müssen wir nicht jetzt schlagen Ich stell's mal lieber glaube ich nicht auf, das ist glaube ich nicht so gut Was können wir machen jetzt hierin auf Pfarrer und beten Okay Kriech ihn die Leiter hoch Okay, jetzt stellen wir uns gleich hin Am blablabla Am blablabla Am blablabla Oh ja ja das ist voll geil ich hab jetzt gedacht weil da immer irgendwas mit heck oder so steht dass es irgendein ja dumm ist halt ja boah ne spaß die küche war nicht gut ich hab ihn fünfmal mit der headshot angeschlagen und er fällt nicht um naja ist recht tot schon wieder wahrscheinlich leider frisst mich gerade auf mhm oh mein gott jetzt was was böses gesagt war weißt du was ich könnte es vermuten ja nein sag mal ne warum nicht warum sollte ich sagen nö wenn du sagst sag ich auch nicht ne ich will es nicht machen weil es sehr verletzend sein könnte aber ich bin ja nicht so das wissen doch doch er ist immer so oh ja ich bin richtig gemeintesauer also ich bin wirklich besser das bietet man schon nein ich bin nicht eingebildet nein das kann ich jetzt gibt es schon einfach nur an der charakterfigur ich wäre jetzt mal eine andere charakterfigur da musst du aber glaube ich kannst du es einfach machen wenn man wieder tot ist ja ja gut ja ich bin doch nicht so gestorben deswegen ich bin doch gar nicht gestorben deswegen also jetzt auch so ach keine ahnung dass ich da hätte nachgucken können und so ok ich sag dir aber eine sache schon mal ich werde nicht mit einem helikopter oder so fliegen ja das kann ich machen ja dann bringst du uns in den tod ja ich würde kurz sagen wir werden sie wahrscheinlich trotzdem abstürzen aber egal in wen bin ich geflogen lol wo ist denn hier ein zombie oh da ist ein zombie weg 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 zombie macht num 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 das ist jetzt voll cool achso ich finde es voll lustig ich muss mir da mal vor ein Ast ablachen Wenn ihr es nicht kennt, gebt einfach bei YouTube ein Panda macht nom 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 Doch, tut es Es lohnt sich Ich finde das wirklich so lustig Es muss mega lustig sein, wenn ihr mich kennt Oh, die Uhr schlägt gerade Hörst du es auch gerade? Ne, ich bin mitten auf dem Feld Wie die Bell am Ringen ist Ich bin mitten auf dem Feld Und die ist ein ganzer Sound Ui Ach, da ist schon wieder die Feuerwehrstation Die schlimme Das sieht aber ziemlich geil aus Muss man schon mal so sagen